Yo Leute, ich bin ja wieder back mit einer Reaction Schmackschon. Wir reagieren heute auf. Ein kurzer Video, der Tiefen vor dem Video ist. This Fortnite Clip will have 1 million views. Also dieser Fortnite Clip hat 1 million views oder clicks. Dieser Clip hat schon über 10 millionen. Wir werden uns mal innen anschauen. Ich habe ein bisschen reingeguckt. Nicht viel. Ich weiß aber auch nicht was passiert. Also ich habe vielleicht mal... Ja, 15 Sekunden. Da war aber immer noch ein Sturm, Strom, was auch immer drin. Hä? Oh! Yeah! Ja! Ja! Oh, er kriegt viel. Nice. Aber der Fallen stirbt leider. Ach so, die werden jetzt safe das mit Hochheilen machen, oder? So ständig hochheilen. Aber gut, die Zone sieht nicht so nah aus. Ich weiß nicht, wie man das überleben kann. Überleben wird. Oh wow! So diese Menschen... Okay, die ist sehr weit weg. Ja, aber das schaffen die doch niemals mit... Das schaffen die doch niemals mit Hochheilen die ganze Zeit. Niemals. Also... Also... Sie werden niemals Dinge einfach so schaffen. Okay, das war klar. Das ist jetzt Riftspringen. Boah, das ist wirklich schweiz. Das ist wirklich scheiße. Ja gut, okay. Da vorne bei das sehen wir... Oh, die müssen dann wirklich schon übel zweifeln auf. Da vorne, man sieht das... Hier nach... Hier vorne müssen sie... Ja gut, okay. Jetzt ist nicht mehr so weit. Okay, doch. Das übel ist weit. Ach so, das war in einem Livestream. Okay, er landet hier wegen seinen Teammates. Er landet hier, er landet da. Also man sieht hier oben schon. Die Zone ist nicht mehr weit. Aber ganz übel schwer mit dem 30 HP und dann immer Hochvolk. Das ist ein Team jetzt sagt er, er landet es einfach. Alle auf 16 HPs. Er hat zwei Bandys. Nicht schlechten Loot. Abflug, let's go. Dann hiermit droppt ihm noch Bandys. Die Zone geht noch 23 Sekunden. Hier oben. Er hat fünf Kills. Nichts schon okay. Oh shit. Er schafft er das noch. Ja. Nee. LoL! Er zieht mir das wirklich. Ja, Digga. Bei mir ist es zu spät, oder? Nein, Digga. Nein, Digga. Oh mein Gott. Er schafft das nicht wirklich, oder? Oh shit. Sieben. Sechs. Wir retten erst kurz vorne dran. Vor der Zone. Komm schon. Du klickst das. Komm schon. LoL! Oh wow. Okay, nice. LoL. Yo, das ist nicht schlecht. Yo. Yo. Yo, lass ich mich nochmal angucken, Alter. Das ist ein bisschen. Hä? Ist ja übelst geil. Zwei. Und dann springt die Zone rein. Oder läuft. Ja, wow. Nice. Nice. Das ist wirklich nicht schlecht. Jo. Verdient 10 Millionen Aufrufe. Dieser Clip ist echt geil. Wirklich krass. Sein Teamwork gönnt sich erstmal den Heal. Wir losschreiten nachher ist einfach Ruhe. Und dann das. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Dieser Clip wird unten in der Videobeschreibung sein. Äh, wenn ihr den mal anschauen wollt. Denn, äh, ich finde den Clip wirklich nice. Ist übelst guter Clip. Lass sie mal ein bisschen Liebe da. Montana Black. Is da. Drei. Zwei. Eins. Let's go, Digga. Komm schon, Baby. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist der beste Skin ever. Nein, äh. Joa, das war jetzt meine Reaktion zu dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschö.